Jetzt mein Name ist Nana Lifestyler hier aus der wunderbaren Schweiz, um genau zu sein. Direkt aus Zürich möchte ich natürlich eine We Are Love, Wir sind Liebe Message raushauen. Ja, richtig, die Bewegung in der Bewegung wächst weiter und weiter. Ganz viele Menschen haben schon ein Hoodie bestellt von We Are Love unter nanalifestyler.de, aber auch ganz viele Menschen wollen uns unterstützen. In der Liebe zu bleiben, in der Energie zu bleiben, das ist nicht verwerflich. Also bleibt stark und bleibt bei euch in der Mitte und dann wirst du sehen, dass alles gut wird. Also, We Are Love, Wir sind Liebe wächst Stück für Stück. Auch hier in der Schweiz habe ich Menschen gefunden, die Bock haben, das mit zu unterstützen. Also, We Are Love, Wir sind Liebe.